Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Ich habe Haare im Auge. Au. Au vor allem, ne? Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in den Juwelkerze-Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr habe ich ihn mir gegönnt. 149,95 kostet der, glaube ich. und soll aber einen recht hohen Warenwert auch haben. Ja, die Kerzen von Juwelkerze sind ja auch immer relativ hochpreisig. Ich habe einmal ganz kurz gesehen, was da drin sein könnte, weil das auf der Homepage angegeben war. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. Soweit ich mich erinnern kann, sind da Kerzen und Kerzenzubehör drin enthalten. Und ja, ich hatte ihn bislang noch nicht und bin sehr gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Ja, Banderole habe ich abgemacht und mir meinen halben Arm damit abgeschmitten. Au! Und jetzt mal ohne Flachs, ne? Ich meine, gut, wer hätte was anderes erwartet für 150 Euro? Ey, loslassen. Das ist schon imposant, wenn man sich das so anguckt. Erinnert mich ein bisschen an den Amazon-Adventskalender vom letzten Jahr, von der Art und Weise, ne? Weil das so Boxen sind, die so halb rausgucken. Ganz cool. Dann habe ich hier so einen goldenen Ticket-Gutschein mit dabei. You are the lucky finder of this golden ticket and won a jewel candle wucher about 5 Euro. Ja, 5 Euro Gutschein ist hier mit dabei. Bis zum 31.01.2023. Ja gut, das ist natürlich dann, muss man schnell sein. Wir starten mit der Nummer 1. Ich mag dieses goldene Design, definitiv. Also dieses Gold, ist es dunkelbraun oder schwarz? Also das ist schon mal ganz hübsch. Ich bin immer wieder vollkommen baff, wenn ein Glas den Transport zu mir überlebt. Das ist wirklich so. Und hier haben wir auch Sparkling Winter draufstehen. Das ist so eine schöne Teetasse. Mag ich richtig gerne leiden und wird auch bei uns so eine Anwendung finden. Ich trinke halt im Winter auch unheimlich gerne und viel Tee, mein Freund auch. Und deswegen passt das ganz gut. Und das steht für Gemütlichkeit und so. Und deswegen passt das auch in diesen Adventskalender. Da bin ich ganz glücklich drüber. Weiter geht's mit der Nummer 2. Also man kriegt die Boxen schon wieder reingeschoben. Aber es ist ein bisschen schwierig, ist schwierig. Schwierig, weil es halt doppelbandig ist. Und es ist schwierig halt weiterzuverwenden, weil hier haben die auf das Kläppchen tatsächlich auch so eine Produktbeschreibung draufgeklebt. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. So, wir haben hier einen Mini-Raumduft drin. Jewel Candle Freedom. Und ja, das ist einmal dieses Produktchen. Da haben wir auch dann die Stäbe, die man so reinstecken kann. Achso, eine Sache, die wollte ich euch noch erzählen, die ich ein bisschen merkwürdig fand. Als ich den, ich kann euch auch mal hier so ein Bild einblenden. Als ich den Karton aufmachen wollte, war quasi der Adressaufkleber und irgendwie so ein Weißaufkleber über irgendwas drüber geklebt, wo irgendwas mit Adventskalender 2021 drauf stand. Also ich fände es ziemlich uncool, wenn das jetzt der von 2021 wäre. Aber ich hatte das tatsächlich mal geguckt. Optisch gesehen sind das unterschiedliche. Also das dürfte jetzt eigentlich nicht der gleiche sein. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Raumduft. Finde ich schön, mag ich gerne leiden. Wird seine Anwendung auch bei uns finden. Auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist ganz schön schwer. Yay! Das ist eine Kerze. Ich meine gut, das ist ein Juwelkerze-Adventskalender, ne? Frozen Rose. Richtig cool. Das werde ich auch verwenden. Das ist so eine ganz kleine Kerze und die hat 46 Gramm, steht hier drauf. Auch hier ist es wieder auf das Vieh hier drauf geklebt, ne? Und da wir hier unten drunter nicht irgendwie eine Beschreibung haben, gehe ich auch nicht davon aus, dass da Schmuck drin ist. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich die Kerzen, die ich von Juwelkerze habe, die sind ja halt auch ein bisschen größer oder so, ne? Und haben dann auch ein Schmuckstück mit drin, weil dafür steht hier Juwelkerze auch ein Stück weit. Aber na, die kann ich dann auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Oh, ich mag den Duft. Ja, ein bisschen muffig tatsächlich, also da muss man, ne? Das ist nicht so wie frische Rose, aber mag ich trotzdem gerne leiden. Hier haben wir die Nummer 4. Ich habe mir das jetzt gerade mal generell angeguckt, ne? Also so viele Möglichkeiten auf eine große Kerze hätten wir jetzt so oder so nicht. Aber wenn ich mich an das Unboxing von Vivi wieder erinnere, also ich erinnere mich nicht an das Unboxing an sich, aber ich erinnere mich daran, dass sie ja öfters mal den Juwelkerze hat, wenn es Kalender geöffnet hat, ist es so gewesen, dass da halt auch keine riesengroße Kerze drin war. Aber halt so kleinere Kerzen. Aber, na, wir gucken mal, was wir hier jetzt finden. Hier habe ich jetzt etwas drin, was ich jetzt nicht so unbedingt hier drin erwartet hätte, aber ist okay. Okay, das ist ein festes Shampoo mit Kamille, 60 Gramm. Ich persönlich verwende leider keine festen Shampoos, weil das meine Haare und auch meine Kopfhaut zu sehr austrocknen. Und dementsprechend komme ich da ehrlich gesagt persönlich nicht ganz so gut mit klar. Vom Duft her finde ich das jetzt auch nicht so passend weihnachtlich, ne? Aber, ja gut, ist mit dabei, ist nachhaltig. Kann man wo gebrauchen. Holla, die Waldfähig. Die Nummer 5 ist ganz schön groß, aber relativ leicht. Ah, okay. Okay, das ist so ein richtiger Oldschool-Artikel. Kenne ich noch, wenn man damals so, wenn ich mit meinen Eltern essen war. Da gab es sowas auf dem Frauenklo immer. So ein Potpourri. Ja, und da haben wir jetzt hier so ein Ding von drin. 70 Gramm sind das und das ist halt ein Potpourri. Ist für mich ehrlich gesagt ein Staubfänger. Klar, es steht auch ein bisschen für Raumduft. Ich weiß aber nicht, ob es riecht. Vielleicht kann man da irgendwie Parfüm drüber machen und das wird dann dadurch abgegeben. Aber das riecht gar nicht. Ich kenne Potpourri nur als Raumduft halt, ne? Sonst wüsste ich nicht, wofür das dann für Deko-Zwecke vielleicht. Ja gut. Ist halt auch in so einem Moosgrün- und Goldton gehalten, was natürlich farblich dann auch zu Weihnachten passt, ne? Aber ich werde es nicht verwenden, weil ich das irgendwie relativ kitschig finde und halt Staubfängermäßig. Nikolaus, die Nummer 6. Die darf was Besonderes sein. Und dann schauen wir mal hinein. Was wird da wohl drin sein? Irgendwas aus Holz. Ja, sowas würde ich jetzt einfach eigentlich auch da identifizieren, dass man halt so ein Potpourri da rein macht, ne? Und dass es hier dann den Duft raus macht. Ja, okay. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Juwelkerze solche Potpourris auch bei sich im Online-Shop hat. Und vor allem da noch so ein Kästchen mit dabei. Ja gut. Aber vielleicht kann man das Kästchen auch anderweitig verwenden. So als Aufbewahrung von Sachen. Und das hat hier so einen Verschluss. Sieht ganz hübsch aus. Also für eine Nummer 6 finde ich das okay. Also ich hätte mir jetzt bei Juwelkerze gewünscht, dass ich hier so eine Kerze drin gehabt hätte. Das wäre schön gewesen. Die Nummer 7 ist schwer. Da rollt was drin. Was hältst du hier? Sparkling Winter. 100 Gramm. Das ist eine Kerze. Siehst du, das hätten die tauschen sollen. Die 7 und die 6 finde ich, ne? Ja. Ja, weil die riecht richtig schön nach Winter. Das macht voll Sinn. Also das hätte Sinn ergeben, wenn die die 6 und die 7 getauscht hätten. Aber na. Wir haben jetzt unsere zweite Kerze. Yay. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier hinten steht Winter Spa Oil drauf. Okay. 100% Scented Oil. Also quasi Duftöl ist das. Äh. Ja. Äh. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. In so einem Öl machst du dir dann, glaube ich, über das Potpourri. Damit das halt quasi auch wie so ein Raumduft dann fungiert. Ja. Man kann das aber auch bestimmt irgendwie verwenden, um das noch mit in Massageöl oder sowas rein zu machen. Es ist ein Raumduft. Es passt das, also ja, thematisch dann halt auch irgendwie zu Juwelkerze dazu. Aber, jo. Okay. Mal gucken, ob wir uns in der Nummer 9 nun über etwas mehr Kerzenzubehör freuen dürfen. Hier habe ich so ein kleines Samtsäckchen. Da steht Juwelkerze drauf. Da ist bestimmt Schmuck oder sowas drin. Was jetzt sehr random in der 9 wäre, oder? Aber ja, tatsächlich. Ich habe hier Silberschmuck drin, Leute. Hä? Sehr funny. Also hätte ich jetzt auch nicht in der 9 erwartet. Hätte ich jetzt in der, weiß ich nicht. Also das ist ja aus 925er Sterling Silber, ne? Hätte ich jetzt irgendwie in der 6 oder in der 24 oder so erwartet. Gut, das ist ein Armband. Also für mich eh nichts Cooles. Schade. Und das ist ein halbes Herz. Na gut. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber es glitzert. Und es gibt bestimmt Menschen, die das super toll finden und das feiern würden, das dann in der Nummer 9 im Adventskalender drin zu haben. Und vielleicht haben wir ja noch ein weiteres Schmuckstück hier irgendwo mit bei. Weil Armbänder trage ich halt nicht. Wie wird es nun mit der Nummer 10 weitergehen? Auf jeden Fall eine schöne goldene Verpackung. Oh ja. Okay. Das sind so Schwimmkerzen. 150 Euro Adventskalender. Okay, das ist jetzt ein Centartikel. Weiß ich nicht. Wenn ich die irgendwie im Dekoladen kaufe, kosten die ja pro Stück 50 Cent oder so. Die haben auch keinen Duft. Also es sind einfach so Pille, Palle, Schwimmkerzen. Ja, passt halt zum Thema, ne? Zu Juwelkerzen. Also zu Kerze. Aber... Das ist ein Song. Huch, die Nummer 11 saß ganz schön fest da drin. Ist jetzt schon wieder ein Shampoo? Ja. Es ist noch ein Shampoo. Okay. 60 Gramm Shampoo Bar Kokosnuss. Kokosnuss mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Festes Shampoo sowieso nicht. Ähm, nee. Also zwei Shampoos brauche ich hier wirklich nicht drin haben. Das passt auch für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz dann dazu, ne? So eins wäre okay gewesen, aber ich hätte so ein zweites. Da hätte ich lieber noch irgendwie mal Schwimmkerzen gehabt oder Kerzen halt. Wow. Halbzeit. Die Nummer 12 ist ganz schön groß. Hier müssen wieder ein Potpourri drin. Ach, das riecht irgendwie nicht, ne? Hm. Ja. Das ist dann in Rotgold. Also passend farblich definitiv, ne? Für jetzt so Weihnachtszeit und so. Das passt schon, aber ja. Mal gucken, ob mein Freund und ich das irgendwie verwenden werden, ne? Mal schauen. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. 70 Gramm sind da auch wieder drin. Ja. Schick. Die zweite Halbzeit wird öffnet mit der Nummer 13. Oh. Das sieht ja also schickimicki. Guck mal. So ein Säckchen, ne? Und das fühlt sich super weich an. Bin ich mal gespannt, was wir hier drin haben sollen. Sweet Dreams. Ja, also das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Denn wenn man eine Kerze anmacht, sollte man sie niemals unbeobachtet lassen. Deswegen definitiv keine Schlafmaske dann aufsetzen. Aber gut, ja. Also da wollten die uns vielleicht einfach irgendwie mal süße Träume geben. Und wenn man sowieso schon in diesem Gemütlichkeitsmut drin ist, dass man sich dann halt gönnen kann. Ich bin überhaupt kein Träger von Schlafmasken. Auch wenn ich im Hotel schlafe oder so. Gar nicht meins. Also ich habe auch nichts drum bei, dass ich in der prallen Sonne liege und da schlafe. Also für mich muss es jetzt nicht super dunkel überall sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Schlafmasken verwendet oder nicht. Joa, ist halt hier mit drin. Jetzt gerade während ich so die 14 hier rausziehe, denke ich mir, ich habe jetzt relativ häufig schon gesagt, joa, ist halt hier mit drin. Aber irgendwie hat mich der Adventskalender bislang noch nicht so abgeholt. Also da muss jetzt noch so das ein oder andere kommen, damit ich ein bisschen geflashter davon bin. Hier habe ich jetzt wieder einen Raumduft. Das finde ich gut, ne? Cozy Time. Das sind auch wieder 30 Milliliter. Sowas gehört auf jeden Fall in diesen Adventskalender mit rein. Und das kann man sich gönnen. Und das wird verwendet. Und dann muss ich nur mal gucken, wie das riecht. Muss wir mal schauen. Die Nummer 15. 15. Otsui Aromatherapy Meditation. Okay. Ja, da passt jetzt die Schlafmaske auf jeden Fall zu. Das ist ein essentielles Öl mit 15 Millilitern. Und das kann man dann zum Meditieren verwenden. Ja, Kerzen und Meditation passt zusammen. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich mit Juwelkerzen in Verbindung gebracht und nicht daran gedacht, dass dieser Adventskalender das beinhalten würde, oder? Gut, du kannst halt auch keinen Adventskalender rausbringen, wo du 24 Kerzen drin hast oder so. Es sei denn, du setzt den Preis da ein bisschen höher dafür an. Ich habe hier eine Kerze drin. Cool. Ähm, in der Nummer 16 ist das übrigens. Aber, ja, weiß ich nicht. Na, wir müssen nachher beim Fazit mal gucken. Cranberry Punch. Punch habe ich hier drin. Das ist diese hier. Das sieht sehr hübsch aus. Die mag ich gerne leiden. Das ist dann ja quasi, äh, wir hatten ja Sparkling Winter. Wir hatten Rose gedönsen. Frozen Rose. Schwimmkerzen. Und jetzt diesen Punch, der wirklich sehr beerig, angenehm riecht. Ja, das ist schon mal eine schöne Geschichte. Die Nummer 17. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Au. Nee, oder? Ein Duschpuffel. Ja, feiere ich jetzt nicht so die allergrößte Party, muss ich gestehen. Also, ich möchte keine Duschaccessoires hier drin haben oder Badeaccessoires. Gut, die haben ja auch beide Bomben. Vielleicht kommt da ja nachher noch eine. Ähm, ich möchte Kerzen hier drin haben. Irgendwie. Also, coolere Sachen. Für 150 Euro erwarte ich das schon. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Oh, und das ist ein cooles Produkt. Ähm, damit Kerzen nicht so rußen, kann man das da drauf machen. Und das ist natürlich hübsch, ne? Ist auch schön gestaltet. Sieht einmal so aus. Und das macht man dann oben auf die Kerzen drauf. Ähm, damit die irgendwie besser abbrennen. Und nicht so rußen. Genau. Das finde ich cool. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber ich feiere das. Das, das, sowas hätte ich hier drin erwartet, ne? So, Tü Lü Tralafetti für Kerzen. Mal gucken. Vielleicht hauen die jetzt nochmal so richtig auf den Puzz hier mit der Nummer 19. Da habe ich wieder so ein Öl drin. Äh, 15 Milliliter Christmas Surprise. Joa. Kannst du auch über ein Potpourri drüber machen. Oder irgendwo. dran machen. Eine Duftlampe zum Beispiel. Oh, vielleicht haben wir nach 24 eine Duftlampe drin. Wo ist die 24 überhaupt? Das könnte, könnte hinhauen, ne? Das wäre cool. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Also jetzt mit dieser Aussicht auf die Duftlampe, die ich in meinem Kopf drin habe. Könnte das was werden? Hier haben wir auch wieder nicht riechende, leider, äh, Schwimmkerzen zwei Stück. Die sind jetzt ein bisschen mehr ins Peachfarben, ne? Joa. Der Zonk Nummer 2. Die Nummer 21. Ja. Ja, so ein bisschen Deko gedönsen. Das ist so eine Schneeflocke. Das ist ganz hübsch, ne? Kann man sich so irgendwo hinhängen. Ist irgendwie... Wie nennt man das? Irgendwie so ein Material halt Gips, glaube ich, ne? Genau. Aber, ähm, joa, ist halt Deko. Die Nummer 22. Die zweite und letzte Schnapszeit ist wirklich sehr, 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 sehr klein. Ein Gutschein. Okay. Ähm. Hm. Du hast einen 10 Euro Gutschein mit einem Mindestbestellwert von 39,95 erhalten. Der Gutschein ist gültig vom 22.12.2022 bis 31.01.2023. Also nicht falsch verstehen. Ich finde das theoretisch gut, ne? Dass wir da einen 10 Euro Gutschein drin haben. Aber irgendwie... Es ist... Also es kommt mir dann halt so lieblos vor. So undurchdacht. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Naja, wir gucken jetzt mal, was wir am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember machen dürfen. Okay, nach der Schneeflocke dürfen wir noch ein bisschen weiter dekorieren mit noch einer... Mit einem Stern. So, ne? So was haben wir jetzt schon öfters auch mal irgendwo in Adventskalender drin gehabt. Aber ich muss sagen, ich hatte es, glaube ich, noch nicht in einem 150 Euro Adventskalender drin. Also, das ist schon... Das ist schon krass, finde ich, ne? Ja. Hat so ein goldener Stern. Das muss man dann auseinanderfrieren mit. Dann kannst du es so zusammen machen und so. Und dann, ja, kannst du es ins Fenster hängen. Hast du Deko. So, die Nummer 24. Ich habe ja selber so eine Duftöllampe. Deswegen bräuchte ich die jetzt nicht unbedingt. Und von der Größe und Schwerheit her könnte es auch tatsächlich sein, dass wir hier eine Originalgröße von der Juwelkerze drin haben. Was ich natürlich noch cooler finden würde. Ähm, jo. Schauen wir mal rein. Heiligabend. Und es ist tatsächlich eine Kerze. Es ist jetzt nicht die Riesengröße, sondern ich glaube, dann ist es die Normalgröße. Happy Holidays. Ähm, ja. Muss ich gleich mal gucken, wie viel Gramm und was wir da an Spuck drin haben sollen. Weil das ist ja so die Kerzengröße, ähm, ja. Ja, die man halt auch im Shop kaufen kann. Oh, die riecht sehr, 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 sehr lecker. Fruchtig-süß. Ein bisschen Erdbeere ist da auch irgendwie mit drin. Also das mag ich gerne leiden. Die wird bei uns auch verdüftelt. Und da kann man natürlich dann auch wunderschön dieses Moped obendrauf machen. Finde ich klasse. Steht hier drauf. Äh, 250 Gramm sind hier drin enthalten. Okay, hier steht aber nicht drauf, dass man, ähm, welchen Schmuck man hier drin hat. Also ist hier vielleicht gar kein Schmuck drin. Das wäre ja sehr, sehr schade, ne. Weil das hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass da vielleicht dann hier eine Kerze drin ist. Wo man dann halt so ein, ähm, eine Kette oder sowas drin hat. Das wäre geil. Also zum Wiederverwenden ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte. Man muss halt ein bisschen friemeln. Und gerade bei diesen schmalen, äh, Böckchen wird es ein bisschen schwierig, da Produkte reinzupacken. Ja, aber ansonsten, ähm, genau. Kann man den halt super weiterverwenden. 150 Euro, finde ich, ist für diesen Adventskalender einfach nicht gerechtfertigt. Also da hätte ich tatsächlich mehr für erwartet. Ähm, ja. Ja, also bin ich tatsächlich leider ein bisschen enttäuscht. Was, also es wird schon einiges bei mir bleiben, ne. Dass ich dann halt sage, Mensch, die, äh, Teetasse finde ich klasse. Lass mal rein. Die Kerzen finde ich wirklich schön. Die Deko-Sachen sind halt so Big Bang-Kram. Das kriegst du beim Action für 1,50 Euro quasi, ne. Aber ich weiß nicht. Ich muss halt mal gucken, wie ich das halt preistechnisch hier sowieso ausrechne. Ist ein bisschen schwierig. Diese Potpourris, ja, ist halt so lala. Ja, aber ich habe halt schon gemerkt, dass als ich den ausgepackt habe, das war nicht so dieses Wow-Erlebnis, wie zum Beispiel bei dem Höfner Adventskalender. Da hatte ich irgendwie viel mehr Spaß, weil das irgendwie auch so, so überraschend und so stimmig irgendwie war. Aber hier habe ich so ein, weiß ich nicht. Also da ziehe ich tatsächlich eher so eine Schnute und, ähm, finde halt auch, dass ein, ja, ich weiß nicht, so ungefähr ein Drittel des Adventskalenders meiner Meinung nach einfach nichts mit dem Thema zu tun hat. Und, ähm, ja, deswegen ist es halt so, ne. Und bei Adventskalendern in dem Preissegment möchte man eigentlich schon 24 Tage Wow-Momente erleben. Aber na, wir müssen mal gucken, ähm, ja, was, ne, hast du gehört, gibt Essen bei uns. So hört sich das nämlich immer bei uns an. Also Zeit für mich, auch dieses Video zu beenden. Wenn dir, also schreib mir natürlich super gerne in die Kommentare, wie du den Adventskalender findest. Das würde mich nämlich total interessieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!